Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch, die Nummer 1 Filmbesprechungspodcast der Welt. Ich bin der Stu und bei mir ist heute der Dominik. Hallo Dominik. Another one rides the bus. Einen Abend. Abend. Dominik, erstmal vielen Dank. Ich weiß, du bist gerade bei deiner Tour in Las Vegas und hast dir aber Zeit genommen, um mit uns über Weird the Al Jankovic Story zu reden. Vielen Dank und auch Glückwunsch zu deiner 28. Platin-Platte für dein neues Album Ich bin Dom, ihr nicht. Wirklich eine herausragende Karriere, die du dir da hingelegt hast. Ja, wenn ich jetzt auf meine Brust trommle, dann hört man das Platin überdeutlich raus, denke ich mal. Ja. Ihr seid, wie gesagt, beim Tele-Stammtisch, dem Podcast, der euch die ganze Wahrheit erzählt und nur die Wahrheit. Und wir reden, wie gesagt, über den neuesten Film von Eric Apple, wobei neu ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist sein Spielfilm-Nebü. Der gute Mann hat aber mit ein Projekt ausgewählt, wo ich sage, das muss man sich erstmal trauen, denn er hat einen Biopic gemacht über den bekannten Künstler, Comedian und Weltverbesserer Weird Al Jankovic. Wir kennen ihn alle aus dem Film UHF, an seinen Gastauftritten, aus den Nackenkanonen-Filmen, aus Titelsongs zu Agent 00 und, 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 und. Und bevor wir uns jetzt aber darum unterhalten, was der Film gut macht und was er richtig macht und was er nicht richtig macht, Dominik, eine Frage an dich, wie stehst du zu Weird Al? Ach Gott, ich kenne eigentlich gar nicht viel von dem. Ich habe mal irgendwie ein paar seiner Parodie-Songs mal aufgeschnappt. Also ich meine, das war ja auch schon so vor meiner Zeit eher. Und ja, ich kenne ihn natürlich von seinen Gastauftritten in der Nackenkanone. Und ansonsten, also mir war nicht mal wirklich bewusst, wer das ist, aber ich fand es halt immer lustig, wie der immer wieder aufs Neue referiert wurde in dieser Spoof-Reihe, die halt absolut grandios ist. Ja, ich habe Weird Al, also ich kann nicht behaupten, dass ich ein Fan bin. Also ich finde ihn auch nicht schlecht. Der hat nie so eine wirkliche Rolle in meiner musikalischen Entwicklung gefunden. Was ich aber immer bezeichnend fand, ist, wenn der Name Weird Al zur Sprache kam, habe ich selten Leute gehört, die gesagt haben, boah, die können nicht leiden. Also auch Künstler oder Künstlerinnen. Er hat einen sehr guten Ruf und viele mögen auch wirklich seine Parodien. Ich meine, selbst Nirvana haben ja gesagt, dass sie die Parodie mögen. Die haben ja sogar das Original-Set ihres Videos Smell's Dark Teen Spirit zur Verfügung gestellt, um seine Parodie zu drehen. Auch Michael Jackson hat ihm das erlaubt. Der hat ja seine Bad-Parodie-Fed auch im Original-Bad-Set, das waren jetzt echt viele Reime, gedreht. Und also der hat schon ein großes Ansehen. Und muss man auch mal sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist so ein Typ, du siehst den und du findest ihn sympathisch. So geht es mir zumindest. Ja, absolut. Der strahlt einfach eine gewisse Unbeschwertheit aus irgendwie. Ist natürlich auch ganz klar Kind seiner Zeit, vom Stil her. Aber der hat schon irgendwo was. Also auch selbst bei seinen Cameos in der Nacken Kanone, der sticht ins Auge. Ob es von der Erscheinung ist oder auch von der Art und Weise, auch wenn man da jetzt nicht so viel von mir mitbekommen hat. Aber ich hab jetzt auch mal ein paar Sachen, also in ein paar Parodie-Songs hab ich reingehört. Und das ist schon irgendwie lustig, ne? Ja, also wirklich, Weird Al gehört die Herzen. Wenn man so will, ist es der Anti-Chef Andi. Hey, kleiner Scherz. Wir lieben unseren Chef Andi. Und ich habe gerade erfahren, dass Chef Andi seit Neuestem auch Bürgermeister eines kleinen tibetanischen Torfs ist. Herzlichen Glückwunsch, Andi. Das freut mich sehr. Gut. Wie gesagt, der Tele-Stammtisch ist der Podcast, der der Wahrheit verpflichtet ist. Und deswegen müssen wir jetzt auch wahrhaftig über diesen Film reden, der ja schon deswegen interessant ist, weil er in der Hauptrolle jemanden hat, der, wie ich finde, aktuell einer der wandlungsfähigsten Darsteller ist, den wir haben, nämlich Daniel Radcliffe. Jetzt hält mir mal auf die Sprünge, Dominik. Daniel Radcliffe, hat der irgendwie wo mitgespielt, was man kennen könnte? Irgendwas, wo man sagt, ja, das müssten die meisten Leute kennen. Mir fällt es gerade nicht so ein. War es Narnia? Ja, so um die Zeit. Ich glaube, er hatte eine ganz kleine Rolle in so einem Film, wo er von einem alten Mann mit einem Stück Holz gejagt wird. Ach, der neue Pinocchio, meinst du? Genau, genau, richtig. Ja, fast, fast. Aber der hatte eine Brille im Gegensatz zu Pinocchio. Und eine Blitznarbe. Ja, okay. Also, ihr hört schon, der Dominik und ich, wir sind heute auch zu Scherzen aufgelegt. Ein bisschen. Natürlich hat Daniel Radcliffe Harry Potter gespielt. Und da müssen wir nicht viel drüber reden. Das war seine Rolle und die würde ich, glaube ich, sein Leben lang anhaften. Aber, und das meine ich wirklich toternst, ich finde, wenn Daniel Radcliffe irgendwo mitspielt, dann gibt er sich echt immer Mühe. Und eins kann man sagen, er legt in diesem Film wirklich eine Spielfreude hin, die für mich mit dafür gesorgt hat, dass ich bei Weird wirklich eine Menge Spaß hatte. Oh ja, ja, der hat auch, also, er hat, was das angeht, hat er eigentlich einen ähnlichen Karrierefimmel wie Elijah Wood nach Herr der Ringe. Die sind halt beide so auf diese Rollen festgelegt und tun dann halt alles, um die loszuwerden und machen dann halt weirdisten Shit. Also hier weird wortwörtlich. Und ich finde es auch, also bei Daniel Radcliffe finde ich es generell mal interessant, wie sich dessen Karriere entwickelt hat. Weil ich bin ganz ehrlich, als Harry Potter hat er für mich funktioniert. Aber als das dann so zu Ende war, dachte man sich, ach ja, also, ob der jetzt so die interessante Karriere haben wird danach. So eher so Emma Watson. Und ja, jetzt hat es sich ziemlich gedreht. Und, oh, der ist großartig hier drin. Der hat eine Spielfreude, eine Energie und auch eine Mut zur Hässlich- und Schamlosigkeit, die herrlich ist in diesem Film. Ja, das ist wirklich, also ganz, ganz toll. Jetzt ist es ja so, du hast ja gesagt, dass du mit Weird Al Jankovic nicht so viele Berührungspunkte hast. Hattest du denn das Gefühl, dass du den Film trotz allem, ich sag mal ganz grob gesagt, verstanden hast? Oder sagst du, okay, ein paar Sachen sind mir immer noch nicht ganz schlüssig? Weil ich hatte das Gefühl, dass der Film schon wirklich sehr klar macht, pass auf, das hier ist ein Film wirklich für Fans von Weird Al. Nö, eigentlich gar nicht. Was nur so ein bisschen das Ding war, ich glaube, wenn man Weird Al Jankovic gar nicht kennt und auch, also wirklich gar nichts über den weiß, dann fragt man sich vielleicht am Anfang, wie ist das jetzt gemeint? Also diese durchgehende Ironie versteht man dann eventuell nicht. Das hat mich so ein bisschen erinnert, ich hab vor vielen Jahren mal Starship Troopers zum ersten Mal geguckt und da war ich auch erst so, mein Paul Verhoeven, das ist jetzt echt ernst, weil die Dialoge sind scheiße, die Schauspieler sind schlecht gecastet, das ist, und dann ist mir immer bewusst geworden, aha, das ist alles Intention. Und hier, ja gut, sobald man dann halt weiß, dass er Parodiesongs gemacht hat und dass er auch selber am Skript mitgeschrieben hat, also jetzt the real fucking Al Jankovic, Weird Al Jankovic, dann weiß man so langsam, wo der Hase hinläuft, ne? Ja, also tatsächlich würde ich Weird Al Jankovic Story nicht als Biopic bezeichnen, sondern als Parodie, als Karikatur auf Künstler, Künstlerinnen-Biopics. Er ist eigentlich ein Anti-Biopic fast schon. Ja, und ganz ehrlich, der größte Gag, den der ganze Film hat, der kommt gar nicht vom Film selbst, den habe ich jetzt tatsächlich ein paar Stunden nach der Sichtung, übrigens, ihr könnt den jetzt auf Netflix sehen, und der erscheint auch offiziell auf Blu-ray fürs Heimkino, der größte Gag hat tatsächlich das Internet mal wiedergebracht. Auf YouTube kennst du dieses Watchmojo, die diese Top-Listen immer machen. Ja, ja. Und die haben tatsächlich eine Top-Liste gemacht. Zehn Dinge aus dem Weird-Film, die so nicht stattgefunden haben. Und die haben allen Ernstes gesagt, übrigens, Weird Al Jankovic hat nicht Pablo Escobar getötet. Und ich dachte mir so, wirklich, darüber macht ihr ein Video. Und allein die Vorstellung, dass es da draußen irgendwo jemanden gibt, der diesen Film sieht, und nach dem ganzen Heckmack, was da passiert, immer noch glaubt, dass es ernst gemeint und war, ist unglaublich amüsant. Allein darüber könnte ich mich wirklich begagteiern. Denn der Film, der fängt schon an, und zum einen erfüllt er sämtliches Klischee, was man über so einen Biopic hat. Das heißt, Weird Al hat Familienprobleme. Sein Vater akzeptiert ihn nicht. Übrigens, alles erst duckenunterlogen, ja. Er hat Drogenprobleme, auch erst duckenunterlogen. Weird Al war immer fern von Drogen, ja. Auch sehr schön ist, dass Weird Al Fad, also sein Bad-Parodie, war zuerst, also er hat es geschrieben, er hat zuerst Fad geschrieben, und erst dann hat Michael Jackson Bad geschrieben. Und nicht zu vergessen, dass Weird Al Jankovic eine Karriere hatte, aber auch eine Affäre mit Madonna, hier gespielt von Redford-Star Eben Rachel Wood. Und das ist alles so herrlich bekloppt. Und es umarmt diese Beklopptnis auch so. Es war Spaß pur für mich. Ja, also allein schon, ich meine, wenn man diese abgelatschten Musiker-Biopics kennt, und die haben ja seit einigen Jahren Hochkonjunktur, ungefähr seit, ich glaube, Bohemian Rhapsody, würde ich sagen. Und da mag es ja auch Gute beigeben, aber es ist wirklich so herrlich, wie die diese Erbauungs- und Erleuchtungs- und was auch immer Momente so geil verarschen. Ich meine, er wird erst am Anfang total ausgebucht, und dann sind sie nach einem einzigen Song von ihm so gebrainwashed, dass sie sagen, ach, das ist das Schönste, was ich je gehört habe. Und auch einfach so herrliche Cameos, zum Beispiel von Jack Black, der hier aussieht, als würde er irgendwie versuchen, seinen Bowser in real umzusetzen. Oder auch hier, P.V. Herman taucht einmal auch auf, ne? Nee, das ist nicht P.V. Herman, das ist jemand, der P.V. Herman spielt. Ja, ja, meine ich, meine ich ja. Ja, ja, gut, das passt. Was auch geil ist, ist dann auf dieser Party, wo wir erfahren, wie Another One Rides the Bus entstanden ist, wenn er dann heißt, so, ich bin übrigens John Deacon, der Bassist von Queen. Genau, stimmt. Ja, genau, da ist aber irgendwas, nicht nicht Queen in, andere Band, genau, da heißt es irgendwie von seinem Manager, bei dem auch nie so ganz klar ist, ob der jetzt imaginär ist oder nicht, gespielt von Rainn Wilson aus The Office, der sagt dann irgendwie so, ja, Led Zeppelin wollen sich wieder neu formieren, um als Vorband bei dir aufzutreten. Das ist so geil. Ich muss dazu sagen, dass also ein paar Sachen wirklich auch wahr sind. Also, Ryan Wilsons Figur ist ja Dr. Demento und der hat wirklich dabei geholfen, Weird Al eine Karriere zu ermöglichen, aber man kann sagen, von den Sachen, die in diesem Film drin sind, 90 Prozent sind komplett erstuckender Logen und die 10 Prozent, die wahr sind, wurden auch so verdreht und verändert, dass sie auch irgendwie nicht mehr ganz wahr sind. Eine Sache, die ich übrigens noch sehr amüsant finde, seine Mutter wird gespielt von Julian Nicholson und die hat erst kürzlich in Blond von Netflix ebenfalls die Mutter gespielt von Marilyn Monroe. Das fand ich noch ganz amüsant. Ich glaube nicht, dass das Casting mehr zufällig war, aber das ist schon sehr amüsant, finde ich, dieser Zufall. Ja, vor allem, wie haben sie die denn bitte aufgemacht? Also, am Ende, das wird halt auch so geil verarscht, dass die Leute sich erst, also, der Vater ist dann später überhaupt nicht gealtert und sie sieht aus wie eine komplett neue Person. Ich weiß, ich bin fett. Ja, ja. Aber hier mit Rain Wilsons Figur, ist der Name erfunden, weil ich, also ich meine, es gab wirklich einen Radio-DJ namens Dr. Demento, der hat auch wirklich zum Beispiel Frank Zeppa so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Der war dafür bekannt, Leute zu helfen, die halt wirklich so, ja, weirde Musik machen. Deswegen war Weird L für den natürlich ein gefundenes Fressen. Die hatten, glaube ich, jetzt nicht so das Verhältnis wie jetzt im Film, aber der war wirklich mit dafür verantwortlich, das sagt Weird L. Jankovic auch selbst, dass die Karriere von dem so ein bisschen hochgekocht ist, weil der auch wirklich dem, also der hatte eine eigene Radiosendung und hat dann auch seine Songs gespielt. Und was zum Beispiel auch stimmt, ist, dass die erste Aufnahme von My Bologna, der Weird L-Variante von My Sharona, wirklich an einem Clou aufgenommen wurde. Das hat Weird L. Jankovic auch bestätigt, aber ein paar Sachen, wie gesagt, stimmen da jetzt auch nicht so ganz. Trotz allem, Dr. Demento, was man, glaube ich, kaum glauben kann, weil das ja schon eine sehr extrovertierte Figur ist, gegen gab es wirklich. Okay, weil ich war nämlich im Moment am überlegen, weil Dr. Demento, und Sie sprechen das im Englischen auch ein bisschen schludriger aus, ich dachte fast, das wäre halt ein Potter Easter Egg, weil Demento Dementor oder so, keine Ahnung. Nee, nee. Also kannst du gerne mal gucken, im Internet gibt es auch mehrere Interviews mit dem echten Dr. Demento, auch eins bei David Letterman, wo er auch Jankovic sehr lobt. Und von daher ist diese Figur wirklich, also die gab es wirklich. Ja gut, aber du hast ja schon ein Highlight erwähnt, nämlich Evan Rachel Wood als Madonna, beziehungsweise als ... Ich hatte Madonna jetzt noch mehr als früher. Ja, jetzt, also jetzt endgültig, like a surgeon. Ähm, dass, äh, also sie, also sobald sie in den Film reinkommt, dreht Daniel Radcliffe eigentlich komplett am Rad, weil das, das Geile ist, dass Daniel Radcliffe diese Rolle, also natürlich ist sie total überspitzt, klar, aber eigentlich spielt der den sogar relativ ernst am Anfang und das hat wirklich schon Qualitäten von diesem Deadpan-Humor, den man halt aus der Nackenkanone zum Beispiel kennt. Ja. Das fand ich verdammt geil. Aber das macht's ja erst lustig, ne, dass er es so ernst nimmt und auch mit welcher, mit welcher Stoihaptigkeit er dann, äh, auch so Sachen hinnehmt, wie zum Beispiel, dass es wirklich Szenen gibt, in denen Ubiad Al zum Actionheld wird und mal eben so einen Söldnerkommando auslässt. Und das wird halt, das wird auch gar nicht erst hinterfragt, das ist halt einfach so und das macht einen großen Teil des Spaßes aus. Man muss aber auch ganz klar sagen, das ist ein Film, wenn ihr nach zehn Minuten noch nicht gelacht habt, wird's auch nicht weiter, also wird's nicht besser werden. Das ist ein Film, der sehr klar seiner Stilistik folgt und da vielleicht als kleiner Tipp, ähm, der Regisseur Eric Apple hat diesen Filmprinzip schon mal gedreht, nämlich vor gut zehn Jahren hat er für die Website Funny or Die einen Fake-Trailer gemacht, so weird, der Al Jankovic-Story, damals mit Olivia Wilde als Madonna und Aaron Paul als, ähm, Weird Al. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen, das geht so drei Minuten und wenn ihr das amüsant findet, dann könnte euch der Film auch gefallen. Ähm, der für meinen Geschmack gerne noch ein paar komödiantische Hölzer mehr ins Feuer hätte werfen können, ähm, aber der wirklich kurzweilig amüsant und, ja, einfach nur sehr, sehr spaßig war und, äh, Daniel Radcliffe, also ich will nicht sagen, dass es seine Rolle ist, ähm, der hat ja wirklich, wie ich schon sagte, schon öfters überzeugen können, aber ich glaube, ich hätte auch drei Stunden einfach weitergucken können, wie Daniel Radcliffe todernst mit dieser Frisur und diesem Schnauzbart in der Gegend rumläuft, und einfach nur Musik macht, weil, das fand ich auch sehr schön ist, sie geben sich ja noch nicht mal die Mühe, äh, zu verschleiern, dass der, wenn er singt, halt die echten Songs einfach nur Playback singt, das ist ja auch herzellig. Ja, ja, das ist, das ist auch richtig geil, das verarscht halt auch wieder so, typische, typischen Biopic-Quatsch einfach, ne? Ja. Also sie, sie, sie drehen einfach so viel durch die Mangel, das, also ob es jetzt irgendwie, ach ja, die Kindheit und, und dann, ach, wie schnell der Erfolg kommt und, ach Gott, also es ist, es ist so herrlich, wirklich, es ist, es ist eine einzige Abrechnung eigentlich, mit dem wirklich, also ich meine, es gibt auch gute Biopics, keine Frage, aber die, die, weiß ich nicht, die, die Klischees des Genres, die sind teilweise schon sehr, sehr tief, ja, äh, verwurzelt und das, das nimmt der wirklich gekonnt aufs Korn und zieht eigentlich benütlich das Umkraut teilweise, es ist, es ist herrlich. Ja. Und Daniel Radcliffe habe ich, habe ich glaube ich wirklich, also, ähm, ich, ich kann zum Beispiel auch einen anderen Film empfehlen, da ist, äh, er glaube ich irgendwie im, im Dschungel, das ist so ein Survival-Ding, ich glaube da ist auch Thomas Kretschmann, das bei sich glaube ich auch, auf einer wahren Begebenheit, da ist Daniel Radcliffe richtig, richtig gut drin, der Film selber ist eher so, mäh, ähm, aber ich glaube, also, ich meine, ich, ich habe auch manche Sachen von ihm noch nicht gesehen, du wahrscheinlich deutlich mehr als ich, aber ich glaube, ich habe ihn noch nie in so einer Rolle erlebt, wirklich, das ist, das ist so, also, der hat, der hat wirklich, der hat absolut keine Scham und keine Hemmungen in diesem Ding und du, du erkennst ihn zwar irgendwo, aber du denkst keine Minute an Harry Potter, wirklich keine einzige. Wobei, in dem Aufzug würde ich ihn gerne mal in Harry Potter sehen, das fände ich glaube ich ganz cool. Das wäre geil, ja, das, ach Gott ey. Ansonsten, wenn ihr den Film mochtet, dann kann ich euch noch empfehlen, auf jeden Fall den Klassiker Spinal Tap zu gucken, der geht in eine ähnliche Richtung, natürlich auch Fraktus, so das deutsche Spinal Tap, und ich glaube 2009 oder so war es, da erschien der Film Walk Hard mit John C. Reilly, das ist eine, ja, wirklich ein Spoof-Film auf wirklich Musiker-Biopics, der wirklich Walk Hard, nee, nicht Walk, Walk the Line heißt der, sorry, Walk the Line, Ray und wie sie alle heißen, wirklich nochmal ein bisschen krasser parodiert, kann ich, ist glaube ich, wenn ihr so einen Parodie-Filmabend zum Thema Künstler-Biopics macht, dann könnt ihr mit dem Film echt punkten. Und ja, Weird the Aljankovic-Story, ich bin froh, dass er endlich erschienen ist, er ist ja schon Ende letzten Jahres in den USA auf diesem Streaming-Dienst Ruku erschienen, das ist glaube ich so ein Streaming-Dienst ähnlich wie Freeway, das heißt umsonst aber mit Werbung, den es aber in Deutschland leider nicht offiziell gibt. Und jetzt halt eben gibt es den Film bei Netflix, so wie dann auch auf Blu-Ray und DVD fürs Heimkino. Lohnt sich. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein Film ist, den man sich unbedingt in die haptische DVD-Sendung stellen muss, aber wenn ihr wirklich für einen netten Abend einen 100 Minuten kurzweiligen Film sucht, glaube ich, spricht nichts dagegen, sich mal Weird the Aljankovic-Story anzugucken. Ja, selbst wenn man, oder vielleicht eigentlich gerade, wenn man nichts über Weird Aljankovic weiß, außer, dass er halt ein Songparodist ist. Also das reicht eigentlich schon, mehr muss man nicht, ich meine, ja gut, nach dem Film weiß man eigentlich auch nicht wirklich viel mehr, würde ich sagen. Vor allem ist das, Also ich, also ich, ich habe ja auch die Vermutung, dass Weird der erste Film ist, der wirklich ganz klar die ganze Wahrheit über Madonna zeigt. Ja, wahrscheinlich, die ungefilterte. Also da muss ich auch nochmal, wer Evan Rachel Wood aus Westworld kennt, erlebt hier echt sein blaues Wunder. Das ist so eine herrlich, herrlich fiese Performance von ihr. Und also die ist die, die kommt ja relativ spät in den Film. Das hat auch so ein bisschen so einen Effekt, das erinnerte mich an hier Justin Timberlake in Social Network, der ja eigentlich auch nur so eine, ja, sag ich mal, Mephisto-Figur ist. So ähnlich ist sie hier auch. Aber die spielt das mit einer, 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 einer Spielfreude einfach. Ach, ah, es ist herrlich. Muss man sich wirklich ansehen. Ja. Auf jeden Fall. Gut, ähm, ich wäre leer. Wie sieht es bei dir aus? Willst du noch irgendwas loswerden zu Weird, The Al Youngovich Story? Äh, so weit nicht. Ich kann, also ich kann wirklich nur empfehlen, es ist jetzt halt kein, äh, Meisterstück, aber es, aber, also wenn man auch für den Humor empfänglich ist und wenn man halt eben auch die, die Doppeldeutigkeit dahinter versteht, und das wird man irgendwann, spätestens wenn man hört, dass, äh, Weird Al, äh, verkündet, dass er jetzt nur noch Originalsongs schreiben wird und sich dann drüber aufregt, dass Michael Jackson bei ihm geklauert hat, also ich sag nur, beat it, eat it, ähm, dann, äh, nee, also, ach, das, das, der, der ist purer Spaß, der Film. Und, äh, mehr, mehr will der auch nicht sein und der ist schauspielerisch auch echt super, also, ah, das sind, das sind so großartige Performances, also ich glaub, die haben, die haben doch beide, glaub ich, soweit ich weiß, eine Befta-Nominierung bekommen, auch wenn der Film selber so ein bisschen als, als TV-Film ausgelagert wurde, wie ich das gesehen hab, aber, nee, anschauen, wenn man, wenn man für sowas was übrig hat und, äh, ja, im letzten Drittel wird's halt sehr weird, aber halt auch sehr spaßig. Ja, also, ich war wirklich über, am Ende auch überrascht, also ganz ehrlich, ich war ganz überrascht, wie der Film endet und, ähm, mit Prinz, mit Prinz, mit Prinz und übrigens, das ist auch was, was ich auch gar nicht erwähnt habe, ist, wie der Film Polka darstellt, denn in der Welt von Weird ist Polka noch krasser als Oldschool Rock'n'Roll Punk und Heavy Metal, ja, das muss man sagen. Ja, es ist, es ist so bescheuert. Ja. Also, gut, das war unser Schlussakkord in der Besprechung von Weird, du, Jankovic Story, der Dominik und ich, wir können ihn beide empfehlen, wie gesagt, gibt's im Heimkino, DVD und Blu-ray, aber auch aktuell auf Netflix, guckt da gerne mal rein und damit war's das von uns, ich sage Tschüss und Dominik, dir gebe ich das letzte Wort. Like a surgeon. Ne, ich höre jetzt auf, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtischs, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus Vielen Dank.